Mein neuer Deutschkurs ist online und ich werde dir kurz erklären, wie er dir mit deinem Deutsch helfen wird. Vielleicht kennst du die Situation. Du lernst Deutsch und sprichst eigentlich schon ganz gut, aber in Alltagssituationen hast du dann immer wieder Probleme. Bei der Wohnungssuche, im Restaurant, an der Supermarktkasse, im Fitnessstudio oder am Bahnhof fehlen dir einfach manchmal die Wörter und Redewendungen, die du brauchst. Dieser Kurs hat 100 praxisnahe Alltagsdialoge, die dir genau damit helfen werden. Du bekommst Audios zu diesen Dialogen, um die Aussprache zu lernen. Du bekommst eine Übung, wie du es aus meinen Videos kennst. Ich spreche Rot, du sprichst Grün. Außerdem bekommst du zu jedem Dialog Redemitte, dass du keine Probleme mehr in Deutschland im Alltag haben wirst. Das Beste ist, bis Montagabend bekommst du 10% Discount auf diesen Kurs, wenn du schnell bist. Der Code ist September. Link in der Profilbeschreibung.